So ihr Lieben, zurück bei, auf, man weiß es nicht, Aion. Und, es geht weiter. Das ist aber, das rein, das rein. So. Das ist kein gültiges Ziel. So, das haben wir. So, da haben wir jetzt vier Stück, okay. Das ist, so, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die haben. Jetzt brauchen wir die ja, glaube ich, hä? Ja. Oh ja, ist so. Da, glaube ich. Da, glaube ich. Um alles Kilometer weit. Ja, gut, das ist es. Aber die Welt ist eben groß. Da hätten sie ruhig schon ein bisschen so... Ich will ja nicht mehr kommen, aber... Da hätten sie ruhig ein bisschen schon... ...ein paar Quests zusammenlegen können, dass was in der Nähe ist. Geh weg. Das ist ja schon eine gigantische Welt. Trockenes Gras hat mich verfolgt. Ach, hier. Ja. Euer Ziel ist nicht zu finden. Wenn die das nicht einfach Wildschwein nennen können, sehen wir aus wie Wildschwein. Und hören sich doch an wie Wildschwein. Und von heute, dann warum rennt ich immer weg? Ja. Achso. So. Noch einen. Da haben wir nämlich gleich... Ach, das mit der Waffe war ja... Wie war denn das? Euer Ziel ist nicht zu finden. Ja, du bist hier, dass ich das nicht... Und am Ende müssen wir... ...mütter tausendfach rumreisen. So, was nehmen wir jetzt? Was nehmen wir jetzt? Das haben wir fertig. Das haben wir fertig. Äh... Wollen wir gleich das Aste nehmen zum Abgeben? Ja. Wir geben gleich das Aste. So, wo müssen wir hin? Ich sehe es nicht. So... Scheiße... Hey... Ach Gott. Da... Nein. Da ist ich dann nur gerade aus... Ach da. Jetzt sehe ich auch das Kreuz drinnen. Das muss ja bitte hier sein. Ach, das ist bestimmt bitte. Ach, genau. Äh, wo war jetzt der Aufgang? Wo war denn das jetzt? Ist nicht hier der Aufgang? Ja. Ja, doch, 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 doch. Unsere Art ist bedroht. Echt? Na ja, müsst ihr euch mal kießen lassen. Und vor allen Dingen, warum seid ihr da in der Wüste? Warum ist da hier alles grün? Und ihr seid so, na ja, vertrocknet. Cool. So, äh, ist das auch hier abzugeben? Ne, war man nicht das gerade gemacht? Was soll man doch? Ja. Hä? Unsere Art ist bedroht. Ach so, hier steht's. Na, okay, gut, alles klar. Oh, yeah. Was ist das hier? Äh, ausgerüstet? Uh, 24. Ne, 224. 204. Hat, äh, Widerstand 88, Magie. Ja, Präzision 20 und TP 46. Ja, ich hätte auch immer lieber die hier. Warum auch immer. Oh, das ist nun gleich mal 18 Unterschied. Ah. Ah, ich nehm trotzdem die. Weiß. Was ist das jetzt hier? So, dann gucken wir gleich mal. Oh, oh. Da ist schon wieder fast voll hin. So, und zwar, das ist, das haben wir. Ja. Cool. Ähm. Brauch mal wieder. Juuu. Ich glaube, nach dem Video muss ich danach schon mal wieder, ähm, na, Inventar aufräumen. So, schön. Richtig. Ach, das ist rüber hier. Oder? Und die richtige Karte aufmachen? Ich glaube, das wird doch hier. Da können wir hinreißen. Da können wir hinreißen. Da können wir hinreißen. Okay. So, und jetzt musst du erst mal wieder drücken. Äh, mit wem soll ich noch quatschen? Brennen? Ah, hier. Cool. Was wollt ihr? Mal nicht, äh, boah. Hier ist die Intanz. Das ist das. Ah, hier, bitte. Oder das? Ne? So, da haben wir noch ein paar Stücke. Und schon wieder Level ab. Nice. Und wieder eine neue, äh, Quest. Ah, du hast aber auch noch eine blaue Quest. Blaue Questen sind gut. Äh, was wollt ihr? Was hast du denn schönes? Waffen beschaffen? Hab er das nicht schon mal, dass euch ein bisschen was mit Waffen... Ja, doch hier. Aber die haben es doch schon, welchen wie drinnen schon, oder? Seid vorsichtig. Das ist, äh, genau, die haben den schon. Äh, hab ich das jetzt schon angeklickt? Ja. Und zwar ist das eigentlich hier, äh, Sprecht mit Festung von... Was? Sprecht in der Festung von Hilton mit... Ach, drinnen bitte, ne? War ja klar. Warum leuchtet der manchmal blau, manchmal nicht? Gut, ähm... Ah, ich möchte aber eigentlich die blauen machen. Aber wenn wir jetzt immer hier sind, ne? Ähm... Ich glaube, wir müssen wieder hochfahren. Ne, ne, hier fahren wir runter. Hier fahren wir runter. Ja, wir gucken erst mal hier unten. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wie hier ist da nochmal? Oh, okay. Da ist auch schön, dass was blau ist. Ich möchte am liebsten die blauen machen, weil... Ach, warte, ich schieb gerade aufmachen. Äh... Hier ist schon mal kein... Gucken trotzdem mal hier rein. Äh... So... 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 Wo sind wir denn jetzt? So, jetzt brauchen wir... Welchen... Gucken wir erst mal hier, soll wir doch rein. Da! Da ist doch! Cool! Ja, braucht ihr irgendetwas? Nö, dann kannst du mir hier... Die Maya ist eine Beschützerin des Lichts. Sie kann die Macht des Balaur unterdrücken. Also bewacht sie Sattalokas Herz. Und jetzt... Aha... Gut zu wissen, gut zu wissen, gut zu wissen. Und nun geht's weiter. Geht's, äh, Kruft, und dann sprecht mit. Und wie ist Kruft? Wow, da oben. Ja, gut. Ähm, naja. Dann haben wir da zu tun. Dann können wir gleich runterspringen. Kann man fliegen? Ich hänge. Nein! Ich will... Ich will nicht fragen, ich will hier runter. Äh... Und zwar hier runter. Ui... Da fliegen doch Pinguinen. Ha! Aber das... Hat mir schon... Im nächsten Thema... Äh... Vor ein paar Videos. Oh, nee, das war zu viel! Uuuuuh! Boah, das war... Alter, ist zu viel! Oh, Gott. Oh, Gott. Oder zu früh, sag ich mal. So, jetzt muss ich mal gehen, 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 kurz aufmachen. Nehme da, und... Äh, wo waren denn jetzt? Ich hatte doch noch 20 Stück hier. So, jetzt können wir das wieder schließen, zu machen, und weiter geht's. Das wird ein langer Weg. Oh, hier fällt meine R.B. nicht. Ah, ich verstehe! ach so das muss man nicht hinkommen können was ich aber auch nicht verstehe warum wir sind das wo wir jetzt hier alles was wir gucken uns das mal lauf pinguin du musst ein bisschen an hüften abnehmen wir laufen jetzt pinguin ist nicht so schnell ich brauche ein bisschen das ist ein komischer boom 2 ne halt doch doch die haben die ruhe weg ach geh weg trockner Ast ich hab noch nie so aggro Äste gesehen gut ihr lieben ja gut ich laufe jetzt noch ein bisschen ich bin vom weg abgekommen wir laufen da jetzt noch hin ja das war gut jetzt das sieht auch cool aus der drachen so jetzt sind wir hier und wo müssen wir mit wem müssen wir sprechen ja 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 gut ja da Gut, ihr Lieben. Ich. Oh, ne. Bitte nicht verpacken. Hier ist ein Weg. Gut. Gut, ihr Lieben. Wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Oder seht ihr dann in der nächsten Folge. Somit sage ich erst mal einen Mega-Daumen für euch. Und tschüss.